Es ist kurz vor Weihnachten im Jahr 2011. Normalerweise wird die Zeit jetzt ruhiger. Es wird besinnlich. Nicht so bei Christian Wulff. Christian Wulff – Der Fall des Bundespräsidenten Episode 2 – Trügerische Stille Gerade erst hat Christian Wulff einen großen Fehler gemacht und auf die Mailbox von Bild-Chefredakteur Kai Diekmann gesprochen. Guten Abend, Herr Diekmann. Ich rufe Sie an aus Kuwait. Ich bin in vier Golfstaaten unterwegs und parallel plant einer ihrer Journalisten seit Monaten eine unglaubliche Geschichte, die morgen veröffentlicht werden soll und die zum endgültigen Bruch mit dem Springer Verlag führen würde. Und die Frage ist einfach, ob nicht die Bild-Zeitung akzeptieren kann, wenn das Staatsoberhaupt im Ausland ist, zu warten. Dann können wir entscheiden, wie wir die Dinge sehen und dann können wir entscheiden, wie wir den Krieg führen. Dass ein Spitzenpolitiker bei einem Journalisten anruft und versucht, die Berichterstattung zu beeinflussen, das gilt als ungeheuerlicher Vorgang in einem Rechtsstaat wie Deutschland, in dem Pressefreiheit herrscht und Zensur verboten ist. Zu diesem Zeitpunkt kurz vor Weihnachten ist das aber noch eine Sache zwischen den beiden, Bundespräsident Christian Wulff und Bild-Chefredakteur Kai Diekmann. Die Mailbox-Nachricht ist der Öffentlichkeit nicht bekannt. Es geht erst mal um andere Vorwürfe, also die Recherchen, die den folgenschweren Anruf erst ausgelöst haben. Alles dreht sich um das Haus der Familie Wulff in Großburg-Wedel bei Hannover. Die 500.000 Euro dafür leiht sich Wulff von Edith Gerkens, der Frau des Unternehmers Egon Gerkens, Freunde der Familie. Soweit erst einmal kein Problem. Aber als Wulff noch Ministerpräsident von Niedersachsen war, haben die Grünen im Landtag eine klare Frage gestellt, nämlich ob Wulff irgendeine geschäftliche Beziehung zu Egon Gerkens oder einer seiner Firmen hatte. Der damalige Fraktionsvorsitzende der Grünen, Stefan Wenzel, erinnert sich. Die Antwort war damals, zwischen Ministerpräsident Wulff und den genannten Personen hat es in den letzten zehn Jahren keine geschäftlichen Beziehungen gegeben. Formal richtig. Denn die Kreditgeberin war Gerkens Frau. Aber die ganze Geschichte ist das nicht. Wenn Sie im Parlament eine Anfrage falsch beantworten, dann ist das etwas, was man als Minister schlicht nicht machen darf. Und als Ministerpräsident auch nicht. Sie müssen das Parlament korrekt informieren. Das ist vor Gericht nicht einklagbar. Aber das kann allein schon ein Rücktrittsgrund sein. Christopher Jenert und Kilian Pfeffer nochmal hier. Hallo. Das ist natürlich schon eine merkwürdige Geschichte, muss man sagen. Wulff hat im Landtag zwar nicht gelogen, aber er hat auch nicht richtig alles gesagt. Und Monate später holt ihn das ein, als er dann schon gar nicht mehr Ministerpräsident ist, sondern schon Bundespräsident. Weil verschiedene Medien da hinterher sind und wissen wollen, wie hat der Mann sein Haus finanziert. Steckt da vielleicht irgendjemand dahinter, dem er im Gegenzug einen Gefallen getan hat oder so. Da gab es Gerüchte und Vermutungen, dass es da Kontakte zu einem sehr bekannten Unternehmer aus Niedersachsen gegeben haben könnte. Also nicht zu Egon Gerkens, das ist wichtig, sondern einem anderen bekannten Unternehmer. Wie gesagt, das ist wichtig, auch wenn der Name jetzt hier keine Rolle mehr spielt. Ja genau. Wichtig ist nur den vermuteten Kontakt zu diesem bekannten Unternehmer. Den gab es in diesem Fall nicht. Und Wulff hätte im Landtag auch das andere Problem einfach ausräumen können. Richtig, indem er einfach die Frage, ob es geschäftliche Beziehungen zu Gerkens gab, ein kleines bisschen ausführlicher beantwortet hätte. Er hätte ja einfach nur sagen müssen, nein, keine Geschäftsbeziehungen zu Herrn Gerkens, aber zu Frau Gerkens. Dann wäre vielleicht all das, über das wir hier jetzt sprechen, niemals passiert. Wahrscheinlich hätte keiner weiter nachgefragt, weil das auch gar nicht verdächtig gewirkt hätte. Und diesen Anruf bei Kai Diekmann hätte es wahrscheinlich nie gegeben. Tja, womöglich wäre Wulff dann noch weiter Bundespräsident gewesen und man hätte ihm eben nicht vorwerfen können, dass er vielleicht was zu verschweigen hat. Oder dass man sich einfach als Bundespräsident so nicht verhalten kann, weil man ja schon sowas wie die höchste moralische Instanz in Deutschland ist. Also wir haben da sowas wie eine Kettenreaktion, die da ausgelöst wird. Und das ist dann so ein Punkt, ja, zugegebenermaßen, wo wir beide auch ratlos sind und nicht nur wir. Also ich verstehe nicht, warum hat er nicht einfach noch ein bisschen mehr gesagt? Das haben wir Christian Wulff dann auch einfach selbst gefragt. Ich hätte in der Landtagsanfrage offen sagen sollen, dass ich von der Frau den Kredit habe, aber das zu dem Mann gefragt war. Aber man geht normalerweise in Anfragen in Landtagen nicht über die Fragestellung hinaus. Da können Sie jeden Politiker in Berlin und Landeshauptstädten fragen. Man beantwortet die gestellten Fragen. Es sind eh schon Tausende, die gestellt werden an die Regierung. Aber ich habe ja im Nachhinein sofort eingeräumt, ich hätte es umfassend darlegen sollen. Heute würde ich sogar sagen, ich hätte auch darlegen sollen, dass die Kinder der Frau, die mir den Kredit gegeben hat, wenn den Eltern was zugestoßen wäre, bei uns hätten leben sollen. Da hat ja die Süddeutsch geschrieben, wenn er es gleich gesagt hätte, wäre das ganze Thema ganz anders behandelt worden. Aber ich dachte mir, es geht auch keinem was an, die privaten Verhältnisse. Ein Fehler, das ist klar. Das räumt Christian Wulff ja heutzutage auch ein. Das hilft ihm allerdings jetzt nichts mehr. Denn alle großen Medien steigen in die Geschichte ein. Alle wollen wissen, warum ist der Ministerpräsident von Niedersachsen nicht einfach zu einer Bank gegangen und hat dort nach einem Kredit gefragt. In den Medien ist man sich offenbar einig. Da stimmt etwas nicht. Natürlich haben Journalisten erstmal den Auftrag, die Pflicht, nachzuschauen, was ist denn da? Stefan Niggemeier ist das. Einer der Medienjournalisten und Medienkritiker in Deutschland. An welcher Weise ist denn ein Bundespräsident erpressbar oder hat sich abhängig gemacht oder hat Verträge, Freundschaften in einer Weise geschlossen, die mit diesem Amt nicht vereinbar sind? Da zu recherchieren und wenn man erstmal was gefunden hat, auch zu sagen, okay, jetzt gucken wir nochmal genauer hin und noch genauer und noch genauer, ist natürlich ein absolut legitimes und wichtiges journalistisches Anliegen und Vorgehen. Und das machen dann eben auch alle. Alle wollen antworten. Es ist das Thema in diesen Tagen. Nebenbei bemerkt, es gibt auch gar kein anderes. Schließlich ist es kurz vor Weihnachten. Da heißt es auch in den Nachrichten, alles wird ruhiger. Allerdings, Wulff geht erst Tage später an die Öffentlichkeit, um sich zu erklären. Noch so ein Fehler. In so einer Krise ist es eigentlich ziemlich wichtig, dass man schnell reagiert. Wulff wirkt zerknirscht. Mir ist klar geworden, wie irritierend die private Finanzierung unseres Einfamilienhauses in der Öffentlichkeit gewirkt hat. Das hätte ich vermeiden können und müssen. Doch zu diesem Zeitpunkt gibt es schon hunderte Fragen. Und zwar nicht mehr nur zum Hauskauf, sondern auch zu anderen Themen. Reporter werden neugierig, ist da wohl noch mehr zu holen? Wulff wirkt plötzlich verdächtig. Sein Krisenmanager Gennot Lehr versucht alles, um die Situation in den Griff zu bekommen. In Journalistenkreisen war eine Stimmung, die ich noch nie so erlebt habe. Ich habe zu praktisch jeder Lebensphase von Christian Wulff Anfragen bekommen. Wir haben in einem Team von drei Anwälten und zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern und dem Team, das um Herrn Wulff herum war, diese Fragen beantwortet. Und wenn beispielsweise Christian Wulff oder seine Frau eine Massage in einem Hotel gebucht hatten, was Journalisten herausgefunden hatten, wurde gefragt, ob die denn auch gezahlt habe. Es wurde nach Strandkorb-Finanzierungen gefragt. Es gab ein kleines Hochzeitsfest. Es wurde gefragt, wer das finanziert habe. Wir haben nachgewiesen, dass es natürlich von der Familie Wulff selbst finanziert wurde. Es wurde wirklich jede Reise überprüft. Und das führte immer wieder zu dem Eindruck, aha, da gibt es den Verdacht, dass er sich fehlverhalten habe und er kommt nur salamiweise mit Informationen heraus. Nein, die Fragen wurden salamiweise gestellt zu Ereignissen, die völlig harmlos waren und die man gar nicht kritisch ansehen konnte. Von Besinnlichkeit in der Vorweihnachtszeit also keine Spur. Wulff und sein Team haben alles andere als ruhige Tage. Eigentlich wurde jeden Tag irgendetwas in Umlauf gebracht. Es wurde einfach immer irgendwas behauptet und man räumte das ab und dann wurde was Neues behauptet. So habe ich die Tage, die Wochen in Erinnerung. Wie kann man jetzt reagieren? Man könnte direkt aufgeben und sich zurückziehen. Man könnte versuchen, es zu ignorieren. Christian Wulff entscheidet sich für die Trotzhaltung. Durchhalten um jeden Preis. Den Medien wollte ich nicht nachgeben, weil ich ja wusste, ich hatte rechtmäßig gehandelt. Ich hatte mir nichts rechtlich Verwerfliches vorzuwerfen. Und für die Fehler, die ich gemacht habe, die Ungeschicklichkeiten, habe ich eingestanden, habe ich mich entschuldigt. Und damit war die Sache für mich erledigt. Also das war für mich völlig klar. Trotzdem ist es nicht schön, wenn Sie morgens erleben, dass um vier irgendeine Falschmeldung auf den Ticker gelegt wird. Morgens um sechs in allen Rundfunksendungen läuft. Beispiel, als wir dann ein paar Tage Urlaub genommen haben, lief morgens, meine Frau hätte irgendeine A3 genutzt und nicht nutzen dürfen, eine Audi A3. Nachmittags hatten wir eine Einzelwahl der Verfügung, dass das nicht stimmte. Aber über die Einzelwahl der Verfügung hat am nächsten Morgen niemand berichtet, sondern am nächsten Morgen wurde die nächste Sau durchs Dorf getragen. Liest man sich heute die Presseartikel von damals durch, könnte man den Eindruck bekommen, alle sind gegen Wulff. Ganz so war das aber nicht, sagt Medienjournalist Stefan Niggemeier. Es gab in den Medien, glaube ich, eine sehr breite Übereinstimmung, irgendwann zu sagen, dieser Bundespräsident ist nicht mehr haltbar. Und es gab aber gar nicht so sehr eine korrespondierende Einigkeit beim Publikum, also soweit man das so in Meinungsumfragen feststellen konnte. Und ich glaube, was da passiert ist, ist, dass dann Journalisten gesagt haben, das kann so nicht bleiben, wir müssen im Grunde so lange gegen den anschreiben, bis der weg ist. Und dass das Publikum und die Bürger gar nicht unbedingt damit einverstanden waren, mit diesem Mechanismus. Und dass es da eine größere Stimmung auch gab, so nach dem Motto, jetzt ist auch mal gut. In der Tat, die Imagewerte von Wulff rutschen zwar in den Keller, die Bevölkerung steht eigentlich aber noch hinter ihm. Das kann man auch heute noch ganz gut nachvollziehen, weil unter anderem auch die ARD regelmäßig Umfragen dazu gemacht hat. Wahlexperte Jörg Schönenborn präsentiert eine davon kurz vor Weihnachten in den Tagesthemen. Die große Mehrheit ist nicht der Ansicht, dass Wulff das Amt räumen muss. Nur 26 Prozent fordern den Rücktritt, 70 Prozent der Ansicht, dass er durchaus im Amt bleiben könne. Fazit, Wulff hat eine Chance in der öffentlichen Meinung, aber seine Glaubwürdigkeit, die ist das Problem. Rund um Weihnachten dann wird es tatsächlich ruhiger um Christian Wulff. Er hofft, dass er das Schlimmste überstanden hat. In seiner Weihnachtsansprache geht es um den Zusammenhalt in Europa. Über seine eigene Krise verliert Wulff kein Wort. Weil die Menschen mit allem zu Weihnachten rechnen können, nicht aber über einen solchen Vorgang zwischen Vorwürfen und Richtigstellungen. Die Lage beruhigt sich allerdings nur scheinbar. Die Stille ist trügerisch. Denn kurz nach dem Jahreswechsel holt Wulff einer seiner größten Fehler wieder ein. Die Nachricht, die er noch vor Weihnachten auf die Mailbox von Kai Diekmann, dem damaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung, gesprochen hat. Ich war ja selber unsicher, wie ich mit dieser Ansage umgehe. Wir haben dann diskutiert in der Redaktionskonferenz und in der Redaktionskonferenz ist dann die Entscheidung getroffen worden, wir drucken die Mailbox. Dann ist ja etwas passiert, mit dem ich nicht gerechnet hätte, nämlich, dass ich einen weiteren Anruf des Bundespräsidenten bekommen habe. Er hat sich entschuldigt, ich habe die Entschuldigung angenommen und dann die Entscheidung getroffen, wir drucken die Mailbox nicht. So, und jetzt komme ich einfach an den Punkt, versuchen Sie mal Zahnpasta, die die Tube verlassen hat, zurück in die Tube zu kriegen. Das geht nicht. Da sind 15 bis 20 Kollegen, kannten den Text, hatten ihn physisch auf dem Tisch und ich habe den auch nicht wieder eingesammelt. Und dann, rund um den Jahreswechsel, taucht der Text der Nachricht plötzlich in verschiedenen Zeitungen auf. Schnipselweise. Wie kann das sein? Also, fassen wir mal zusammen. Kai Diekmann sagt, die Redaktion hat diskutiert, ob man die Mailbox öffentlich macht. Und er selbst sagt, ich habe mich entschieden, nicht zu drucken. Aber, weil sie ja schon verteilt war, hat sie dann doch noch die Runde gemacht. Und zwar bis in andere Medien hinein. Also, angeblich ohne sein Zutun. Zahnpasta und Tube und so. Also behauptet jedenfalls Diekmann. Hat da Absicht dahinter gesteckt? Sagen wir so, wir haben unterschiedliche Theorien gehört, auch durchaus Plausibles. Aber, wir wissen es nicht genau. Ob Absicht oder nicht, der Text macht die Runde. Es entsteht eine völlig neue Diskussion. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Affäre um den Hauskredit von Bundespräsident Wulff gibt es einen neuen Vorwurf. Nach Angaben der Bild-Zeitung hat Wulff versucht, die Berichterstattung darüber zu verhindern. Dazu habe Wulff Mitte Dezember bei Bild-Chefredakteur Diekmann und Verlagschef Döpfner angerufen. Bekannt geworden waren diese Gespräche durch Berichte in anderen Zeitungen. Das Präsidialamt erklärte dazu nur, es äußere sich grundsätzlich nicht zu Telefonaten. Wulff wird also von einem seiner größten Fehler wieder eingeholt. Und er hat noch ein weiteres großes Problem. Er hat kurz zuvor seinen wichtigsten Berater gefeuert. Ob das so clever war? Und was hat eigentlich Lena Meyer-Landruth mit all dem zu tun? Antworten in Episode 3. Christian Wulff, der Fall des Bundespräsidenten, ist eine Produktion des SWR Hauptstadtstudios und SWR 3. Autoren Christopher Jähnert und Kilian Pfeffer. Sprecherin Sophia Flesch-Baldin. Für alle, die Doku-Podcasts spannend finden, haben wir noch eine interessante Empfehlung. Am 19.12.2016 ereignete sich auf dem Berliner Weihnachtsmarkt der schlimmste islamistische Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Fünf Jahre nach dem Anschlag ist das Geschehen immer noch nicht aufgearbeitet. Im Podcast Breitscheidplatz von SWR und RBB begleiten die beiden Podcasterinnen Birgit Tanner und Simone Schillinger die Recherchen einer Gruppe ARD-Journalisten, die bis heute versuchen herauszufinden, was wirklich passiert ist. Es geht um Manipulation von Akten, Vertuschung von Behördenfehlern und systemisches Versagen. Die erste Folge des Podcasts erscheint am 17.12. in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.